einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer rodin und ich begrüße euch zum unboxing von diesem kleinen netten teil das ist eine hdd dogging station für 2,5 und 3,5 mm festplatten easy upc das wollen wir jetzt mal unboxen und danach kommt logischerweise wie ihr von mir kennt hardware video und hardware check ich denke mal das ist für den ein oder anderen sehr interessant diese dogging station da man ich habe schon vorbereitet bevor wir unboxing machen das sind alle festplatten einzelne ich habe leider keine 3,5 mehr hier liegen weil ich ja nur laptop habe und deswegen kann ich es euch nur mit 2,5 zoll zeigen mit 3,5 wird es aber auch gehen und warum muss man für jede immer wenn man irgendwo vom alten laptop eine festplatte über hat muss man ja nicht unbedingt ja externe gehäuse kurven wenn man mehrere hat zum beispiel wenn man einen kaputten laptop hat wo zwei festplatten drin sind und dann hat man vielleicht noch eine austausch festplatte weil da waren zweimal 500 gigabyte drin und man hat es erweitert mit zweimal 1 terabyte dann hat man halt die platten einzeln rumliehen und ich will das dann die dogging station dafür nutzen um meine festplatten aufzuräumen besser gesagt zu verwalten und den müll den ich da drauf habe ich habe keinen bock die andauernd einzubauen oder mir dafür nur für die dafür ein externe gehäuse zu holen da steckt man da drin und geht das ganz leicht macht sich definitiv besser und ich kann die dogging station auch an mein receiver anschließen und da einfach die festplatten tauschen praktisch wie ein laufwerk schlitz sozusagen und kann dann halt aufnehmen und mir die dann auch auf mein receiver dann angucken so das ist von wollte ich euch noch zeigen aber ganz vergessen von ok ich weiß nicht wie richtig ausgesprochen wird ok 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 also wir haben einmal dann natürlich mit bei die dogging station an sich dann haben wir einmal ein stromkabel mit bei einmal ein usb kabel ist mit bei und die hefte sind mit bei ein bisschen aufräumen dass man das so ein bisschen sieht ja ich werde das auch jetzt schon mal komplett auspacken und dann im unboxing im hardware video ist es dann halt sozusagen ausgepackt und da gehen wir dann ganz genau auf die hardware ein nur so dass ihr das jetzt schon mal seht hier ist die dogging station die hat aber schon ein bisschen gewicht hat also man kann sie nicht so leicht umschmeißen das ist schon mal sehr gut so packen wir mal da hin dann haben wir hier eine karte die kann man dann so knicken ok mit dem slogan und die support e mail adresse von auke ok so dann haben wir hier eine anleitung ja man kann alles lesen würde ich jetzt so mal im ersten umblick sagen daten stehen auch drin und in deutsch ist es auch so dann haben wir hier natürlich noch den usb kabel wie gesagt darauf gehen wir dann im hardware video genauer darauf ein und logischerweise haben wir hier noch haben wir noch ein stromstecker den wir dann hier erstmal hinlegen werden so und dann würde ich sagen dann war das erstmal fürs unboxing ich würde sagen wir sehen uns gleich im hardware video wieder auch ja da ja ja Untertitelung des ZDF, 2020